Norddeutscher Rundfunk 2021 Marcel Welthaber, hart war die blöde Frage? Es ist immer hart, aber wenn du gewinnen kannst, ist es etwas länger nachher. Aber ja, gut gelaufen. Wolltest du vom Sprint auskommen lassen? Ja, ich hatte auch nicht mehr vor. Ich habe ihn in der zweitletzten Runde probiert, und Simi kam noch mit. Er kam dann wieder herunter. Und dann ... Ja, genau. Es wurde ein Sprint. Ich gratuliere dir. Danke. Und gute Rolle. Hallo, hospitals! Vielen Dank. Schönen Sieg. Horner Sieg. Schönen Sieg. So smart, los. Die Dünne, vomatzen siegeln. Die Dünne. Die Dünne, die die Dünne, Die Dünne, die Dünne, das ist einiger söm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.